Hallo meine lieben Kartoffeln, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead Space. Ja, ich mache noch Dead Space und ja, ich höre irgendwelche Geräusche. Ah, das war hier die wunderschöne Dose. Ja, eigentlich gehe ich direkt mal am Anfang in den Shop, weil ich weiß nicht mehr genau, was ich alles noch habe. Ich habe auf jeden Fall ein neues Objekt und ich will direkt mal schauen, was, keine Ahnung. Ähm, Energie, ich würde mir gerne mal etwas Strahlmunizium kaufen. So, und das habe ich jetzt noch zwei Medipack-Mittel, ne, einen. Jetzt mein Inventar voll, oder? Mal schauen. Ähm, Inventar, Inventar, Inventar. Okay, das heißt, ich lade mal das hier nach. Oh, ist schon nachgeladen. Okay. Ah, die Halbleiter kann ich verkaufen. Und dann habe ich wieder Inventarplatz. So, dann, wo sind die Halbleiter? Wo sind die Halbleiter? Ähm, wo sind die Halbleiter? Wirklich. Energie, Energie, Halbleiter, Gold. Verkaufen, ja. Nicht verkaufen, verkaufen, ja. So. Jetzt verstehe ich, sind, ich verkaufe da immer zwei. Jetzt, jetzt verstehe ich auch mal. Ja, im Save habe ich noch die beiden Waffen. Ich glaube, das reicht euch mal. Ich nehme mir auch schon mal ein Medipack ein. Nomm. Und ich gehe jetzt direkt mal weiter. Ah, es sind meine Schritte, es sind meine Schritte. Ich benutze trotzdem noch die Ripper-Klingen. Weil ich finde, die sind relativ cool. Okay, ich muss hier auch lang. Okay. Okay, Audio-Log, Text-Log. Text-Log für die Zuschauer, die lesen wollen. Das ist bestimmt ganz schön interessant, aber es ist einfach so viel. Das einzelne Bakterium. Okay. Hier ist der Rest. Und viel Spaß beim Lesen für die Leute, die es lesen wollen. Ich dachte, hier wäre irgendwo rechts noch irgendwas gewesen. Oh, nee. So, jetzt habe ich dich da auch noch. Und jetzt bin ich noch du. Und jetzt sollte ich nur tot sein. Hier sind relativ viele Viecher. Und ich dachte, da wäre irgendwas rumgelaufen. Ich gehe aber trotzdem mal hier rein. Äh, nicht Vieches. Sondern Tote. Wo ist da noch jemand? Niemand. Okay. Ich denke, da läuft irgendwas. Da wird der Spritzen und ist blöd rum. So, Muni. Was gibt es hier noch? Ripper Kling. Nice. Äh, ich könnte hier mal nachladen. Okay. Dann kann ich es halt nicht. Ripper Kling. Kann ich das hier nachladen? Kann ich das hier nachladen? Oder... Das kann ich nachladen. So. Da ist doch so ein Viech. Das nimmt ja immer die Kontrolle. Die Viecher da. So. Ich sollte da eigentlich nach oben gehen. Aber ich benutze mal Energieknoten. So. Hat sich es gelohnt? 5000 Gold. Ein halber Energieknoten. Eine Laserkanonenmonie. Und ein großes Medipack. Und noch irgendwas. Und nochmal Geld. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich jetzt hier nachladen? Nee. Wie voll das ist in einem Mentar? Ach so geht noch. Okay. Weiter geht. Mich stört, dass das da immer so ein Geräusch gibt. Da gibt es immer so ein einfaches Geräusch. Blablabla. Blablabla. Anomalien in der Wachstumskammer Ost registriert. Danke. Vegetative irgendwas hier registriert. Wachstumskammer. Anbaukammer. Nicht Wachstumskammer. Verdammt. Verdammt. Oh, nee. Jetzt sind hier. Hier Anomalie registriert. Quarantäne oder aktiviert. Danke. Danke. Ich mag dich spielen. Ich mag dich spielen. Hi. So. So. So, du bist aber noch nicht tot. Denn, verdammt. So, so, so. Verdammt. Ich bin nicht schnell genug. Okay, es ist tot. Quarantäne wurde aufgehoben. Aber ich benutze mein Medipack genommen. Und mein Stacepack. Ich glaub das erste Mal, dass ich ein Stacepack benutze. Dann kann ich mal hier nachladen. Schauen, was der getroppt hat. Energieknoten. Nice. Habe ich ja vorher verwendet. Das ist wirklich nice. Und Geld. Äh. Solltest du nicht tot sein? Egal. Ich höre trotzdem noch so ein Vieh. Achso, der ist ja so ein Hollenvieh. Hoffe ich mal. Hoffe ich einfach mal. So, ich nehme mal wieder meine kleine Handpistole. Meine kleine Handpistole. Okay. Nebenaufgabe erfüllt. Was? Nebenaufgabe? Wieso nur eine Nebenaufgabe? Achso, alle Nebenaufgaben erfüllen die Hauptaufgabe. Hoffe ich mal. Habe ich schon nachgedacht? Ja, nice. Egal. Auf geht's weiter. Ich habe hier nämlich irgendwo in der Nähe noch mal so wie ich gesehen. Er gehört. Ich denke, ihr hört das auch. Oder ich habe wieder das relativ leise gestellt. Der Spießound. Weil es ist immer so laut. Dreifach so laut ungefähr wie meine Stimme. Ich mag das Schiff nicht. Hier drin ist nichts. Oh mein Gott. Was war da drin? Auf einmal hat das geschrien. So. Hey. Hallo. Ich schreie mal für dich. Ich liebe dich. Ne, ne. Mach das bitte nicht bei mir. Ich erschrecke mich da. So. Ich sollte irgendwo, ich glaube, nach oben. Oder? Ja. Was ist das hier? Jetzt muss ich hier nach oben. Ebene 2. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich höre dich doch. Mann, ich mag verstecken spielen nicht. Aber was ist denn da vorne drin, wenn ich nach oben gehen soll? Hm. Mal schauen. Weil sowas wird man, glaube ich, immer schauen. Okay. Ein Energieknoten. Hier gehe ich nachher raus. Aber ich habe den schon mit mir genommen. Oh yeah. Ich bin ein Badass. Ja. Ebene 3. So. Ich habe wieder... Nice. Okay. Und wohin muss ich jetzt? Ich gehe mal wieder nach unten. Ja, schon eine Ebene. Und dann schaue ich mal, wo ich hin muss. Okay, noch mal eine Ebene. Noch mal eine Ebene Runde heißt es. Und ich glaube, da unten ist wieder ein Monster. Irgendwo ist hier noch ein Viech. Okay. Äh... Ach, da unten ist noch eins. Äh... Ich dachte gerade, ich habe meinen großen Medipack benutzt. Ah, warte. Ich verstehe. Noch einmal. So, jetzt renne ich hier außen rum. Nice. So. Und jetzt... Jetzt muss ich nach oben. Wie weit? Ich gehe mal wieder eine Ebene und danach noch mal eine Ebene. Ich glaube, ich muss jetzt hier aber raus. Nee. Ah, doch. Hey. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Oh yeah. So. Speichern. Oh, ich kann hier speichern. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Aber... Es geht weiter. Mann. Es wird alles rot. Oh ja. Muss ich hier durch? Oh, oh. Oh mein Gott. Ah, nee. Du schon wieder. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. Nicht du schon wieder. oh danke ich möchte im weg getragen was ist ich zerstöre wahrscheinlich von dem großen fix wurde hier die ganze zum riesen fisch angesprochen ich glaube ich zerstöre den irgendwie die arme oder so aber keine ahnung wo ist eigentlich hier spricht stellvertretender ich kam hier runter weil ich dr elizabeth cross suchte aber sie ist nicht hier eigentlich ist überhaupt niemand hier nur noch mehr dieser organischen scheiße ich gehe jetzt weiter zum schrift das ist so ziemlich der einzige ort an dem ich noch nicht nachgesehen habe okay ich glaube da stirbt man aber war nett mit dir schwere lustigkeit stays pack könnte ich hier nachfüllen mag ich lieber danach weil ich habe ja hier energie energie und nachladen 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 ja wegen wenigstens hat es bei einem funktioniert man wohl jetzt kann ich dorthin ich muss dort rüber hier hoch das macht mal da hier lang ich muss dort rüber hier hoch das macht mal da ne komme ich nicht von hier boah es ist verwirrend muss hier auf die andere seite mal schauen ok ok so leicht stirbt man einfach so blub tot was man probieren kann ist ein space pack zu verwenden da schaue ich einfach ganz kurz audio kennen wir ja schon so was ist jetzt hier drin geld und wird klingen gleich so jetzt muss ich probieren also ich gehe hier hin dann könnte ich von hier hier hin ja und das hier verlangsamen dafür kann ich jetzt dorthin und dort hin nice wo ist das andere dort dort blub blub so tot ok du bist auch tot ein aus so ich muss aber hier hin und jetzt und jetzt ah muss ich dadurch 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 so ich habe mir diese berichte durchgelesen die und stirb danke das war die letzte die atmosphärensteuerung hat einen schalter mit dem du das sauerstoffrecycling neu starten kannst sobald die luft sauber ist kannst du ins lebensmittellager ich habe mir diese berichte durchgelesen die kuh fing an massen halluzinationen zu haben und jetzt naja ich dachte eben ich hätte meinen bruder auf einem sicherheitsmonitor gesehen aber das ist völlig unmöglich ja ist es du bist verrückt und ich bin ich habe what the fuck hm jetzt ist es sich mal tot soll ich dir wieder zurück soll ich dir wieder zurück und irgendwie ist es leer zu ja ich würde mal normal aber da drüben hui ich gehe hier nur zurück ich gehe hier nur zurück und beende gleich ein paar paar stays back genommen und ich gehe zurück und speichert gleich wenn ich wüsste wo ich speichern kann es war doch hier irgendwo ach so es war nach dem teil hier ich kann ja nicht trennen ok das gefällt mir nicht wieso kann man auf dem gewebe nicht rennen ich will es so trampeln man egal jetzt kann ich speichern und den part beenden also dann würde ich mal sagen bis zum nächsten mal ja mehr würde ich nicht sagen tschüss bis zum nächsten mal